sind sie gelangweilt von ihrem alltag das stupide zur arbeit gehen nach hause kommen die kinder versorgen haben sie einfach mal das bedürfnis etwas anderes zu erleben finden sie es einfach öde wenn ihr partner sie anraunst und danach den restlichen tag nicht mehr mit ihnen spricht möchten sie einfach mal emotional und um geräusch her berührt werden an so vielen stellen wie es nur geht möchten sie getatscht werden möchten sie die augen schließen sich fallen lassen und das gefühl haben außen der hände würden über ihren körper wandern möchten sie sich begehrt fühlen dann können sie sich heute exklusiv und nur für sie aris asmr sie denken jetzt an kratzen oder lutschen am ohr nein es geht um das pure in ihrem ohr kriechende gefühl das leichte zittern über der haut wenn sie die stimme hören die mit den fingerspitzen über ihre arme gleitet können sie sich exklusiv aris asmr